So Leute, so, es ist Zeit, dass ich einen Gewinn anziehe für den Battle Pass. Ich habe hier ein paar Namen zusammen gemacht. So, die kommen jetzt alle da rein. Das beknickt mir auch immer blöd. So, jetzt für das Ganze... Ja, mich ist nicht so blöd, aber ich mach das jetzt mal so. Und jetzt mach ich die mal so alle. Man sieht das zwar nicht, ich mach die Augen ins Zu und ich irgendeinen raus... Ach, schalte das. Dann nehm ich mir mal den hier. So, wen hab ich denn hier? N3G hab ich. Du hast gewonnen.